Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück, zu Let's Play Splatoon 2 Online bei Splatfest Klopapier vorne versus Klopapier hinten. Im letzten Part haben wir mit dem Klotzer 14A gespielt und nun möchte ich mit einer neuen Waffe weitermachen, eine weitere Waffe wohlgemerkt. Und für diese Waffe habe ich mir überlegt, nehme ich mir den Flex-Roller vor. Mit dem Klecks-Bomber als Spezialwaffe, dem Tintenball als Sekundärwaffe, ich hätte es auch noch rum sagen sollen, gehen wir nun in den Kampf. My Boys. Und wir haben noch 6 Waffen, ne? Momentan halt. Let's go! Hm. Let's go! Und das Verleugige ist, das ist halt einfach ein Kugelschreiber, wie man hier sehen kann. So gut, los geht's. Jo, der Flex-Roller ist im Prinzip sogar eine ganz spezielle Rollerart, denn, Moment, sein vertikaler Flick ist normal. Doch, sein normaler Flick, der braucht etwas länger. Hey, mein Boy. Das Findenverbrauch scheint sehr hoch zu sein. Hm. Hm. Bam, bada, bada, bada. Wow! Was? Halt dich bloß fern, du Idiot. Ja, ja, cool. Halt auf damit. Oh! Ja, genau! Icefreeze. My Boy. Lern erst mal Englisch. So. Da drüben ist, aha, da ist auch schon ein Gegner. Bei dem... Du verdammte kleine Bitch! Black Drag, Arschloch! Drecksmongole, das zahle ich dir heim. Hast du jetzt davon? Roller, voll in die Fresse geklatscht. Hat der im Prinzip auch verdient, so was der mit mir gemacht hat. Ich misiere jetzt noch den Roller an, auf einmal... Er klatscht... Er haut mir einfach was aufs Maul. Ah, jetzt ist mein... Es ist mein Schutzaufweg, aber egal. Okay, da haben sie sich gerade zwei mit dem Tod geprügelt. Nein, weg! Das war durch die ja so klar! Ich mach den einen da fertig. Das haben wir doch hoffentlich gewonnen, oder? Ja. Aber ich hab mich relativ blöd angestellt. Hm. 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 So, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht es auf die Fresse! Von die Wandelzone hat die bislang am wenigsten. Scheiß Nase juckt, Alter. Kann man das hier färben? Nö. Eurobomben können mich mal. Ja, mir juckt die ganze die Nase halt. Ist richtig voll auf. Oh, ich komme vor allem nicht durch, ne? Natürlich hat er mich getötet und das One-Hit am Arsch. Wir wurden gewiped? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich vermisse die Angriffs- und Verteidigungs-Perks nach wie vor. Fick deinem... Nein, 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 nein. Ich halte mein Maul. Aber der Typ mit den N-Periklex-Dopplern, der rollt so gut wie nie, ne? Ich habe bislang noch nicht einmal rollen gesehen. So, habt ihr jetzt davon ihr Vaginas. Was? Halt's Maul! Kill ihn! Oh nein. Irgendwer ist hier gewesen. Jetzt aber schnell. Schöner Kill. Na, na. Na, 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 na. Ja, locker gewonnen. Diesmal, wirklich. Nice. Da hat jemand in der Gegend aber ist ordentlich rumgefummelt. What the hell? Genau 10%. Ja, super Vorwärts-Fan. So, jetzt kannst du aber richtig losgehen, du. Diesmal ist es auch endlich gegen rückwärts, Leute. Oh Gott, let's go. Oh Gott. Let's go. Habt beide, my boys. Jetzt lauft. Boah, hier haben wir einiges weissen da oben auch. Das muss ich sofort korrigieren. Das muss ich korrigieren. Okay, bislang läuft's gut. Keine Sorge. Ich werde nicht zulassen, dass eure Arbeit unfruchtbar bleibt. Hä? Verdammt. Er wird angehauen. Gott, er ist tot. Scheiße. Hä? Hab ihn. Nein! Bin tot. Der Roller da oben. Be patient, my boys. Oh, da drüben steht so ein scheiß Spawnpoint. Er weiß, dass ich da bin. Scheiße. Ihr Lappen kommt hier nicht hoch. Mann, warum? Leute, lasst dich doch nicht gewinnen. Alleine kann ich wenig ausrichten. Meine Wall bringt da auch nicht viel. Euer Ernst. Wir müssen uns jetzt beeilen. Da drüben ist so ein scheiß Spawnpoint von den Gegnern, ey. Wenn mich keiner sieht, kann ich den schnell zerstören. Hab ihn. Also den Roller, meine ich. Und das war doch schön. Verloren haben wir aber trotzdem. Das sieht halt echt verloren aus. Oder? Ja. Warum eigentlich immer gegen diese blöden Rückwärtsgegner? Das ist ein Lappen. Aber mein Team leider auch. Fuck you. Der Felix hat zwei Kills und der eine mit das scheiß Airbrush. Voll Idioten. Ja, jetzt wieder gegen vorne, Leute. Es gibt wieder mal kaum Rückwärtsleute. Und die gewinnen halt auch jeden Kampf, weil es die größten Idioten sind, die das gewählt haben. Leck mich doch am Arsch. Ich hoffe, ich werde später in den Teamkämpfen mehr Erfolg haben. Privat natürlich. Ich gehe jetzt voll in die Offensive. Oh. Ich soll versauen. Der Ficker hat eine Bombe geworfen. Probebombe. Macht euch keine Mühe. Ich färbe schon hier. Nein, nein, nein. Hab ich dich. Der ist erlaubt mit seiner Robobombe, alter Misakarbon. Der wirft ja auch nur Bomben, dieser Penner. Oh, setz mich an. Ich bin ein Karbonerobler. Ich kann nur mit meiner Robobombe killen. Ansonsten kann ich nichts mit meiner Waffe. Ich hoffe, die nur genommen wird, die Robobomben hat mir bei euch. Nein. Verdammt. Du sollst jetzt unbedingt abhauen. Fick dich doch. Alter Pisser, ne? Misch dich nur ein. Halt's Maul. Jetzt haben wir wieder ein Scheiß-Deskontakt. Warte mal. Vollidiot. Wenn man versucht, einen Roller zu töten, der einen plätten will, sollte man nicht nach vorne laufen, während man es mit der Waffe schießt. Das sollte euch klar sein. Ich darf, wir dürfen nicht zulassen, dass die hier noch was schaffen, weil... ... und dann mit der Waffe schießt. Da ist los, wenn aus dem Roller zu töten, der einen cleanen Willkaupe ist. Waffe schießt. Auch bei dieser Rebellion. ... und dann mit der Waffe schießt. Und dann mit der Waffe schießen am Ende... ... und dann mit der Waffe schießen. Hier in den Steckstatt. Sch Eyst. Hier in der Waffe schießt. Hab ich dich, du Arsch. Oh, oh. Sehr gut, weiter. Haben wir es echt noch gewonnen? Ja, und das zu dritt, my boys. Hätte ich nicht für möglich gehalten, ne? Der Kevin ist halt disconnected. Na, heiß. Okay, stop. Weiter geht's. Ich würde sagen, noch drei Matches und dann ist es vorbei. So, let's do this, my boys. Ah, ich liebe diese Musik. Das ist so unfair, du blödes Arschloch. Wenn du nix kannst, kommst du mit deinem scheißen Jetpack. La Pen. Oh, nice. Die wurden gewiped. Das ist ziemlich gut. Und jetzt warten, bis sich der Bombenhagel gelegt hat. Da ist der Penner. Bom, bitch. Ich will ihn fertig machen, ey. War geil. Der Kiel war wirklich lol. Aber auch lol. Aber auch geil. War ja blöd. War geil. Hm. My boy. Dieser Hurensohn! Ich wollte ihn verarschen, er hat mich verarscht. Wie geht das? Hab dich, du Mistet. Nicht sterben. Ei, 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 my boys. Heftiger Kampf, man, my boys. Wow. Und gut. Dann weiter geht's. Jetzt geht's rund. Kommt schon. Zwei Kämpfe mach ich auf jeden Fall noch. Ach, die haben einen Sniper. Ja, ist gut. Cool. Halt die Schnauze jetzt und kämpfe, ja? Nivelloser Spaten. Das ist doch witzig. Mann, wieso hab ich X gedrückt? Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Jetzt geht's los. Oh nein. Renn doch. Bim, 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 Opfer. Vorsicht. Hm. Hä, wieso lebt der noch? Macht, Leute. Was macht ihr denn überhaupt? Hört auf zu sterben. Halt's Maul. Halt einfach's Maul. Junge, als ob die jetzt wieder gewinnen. Was ist das für ein Betrug? Halt's Maul, ich hasse mein Leben und mein scheiß Team. Gerade wenn die gegen solche Gegner kämpfen, ne? So, das wirkt nicht so negativ aus. Halt die Fresse, blöder Loser. Dumme Idioten. Loser, 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 Loser. Wieso spielt ihr überhaupt noch? Ihr Versager-Teammates. Leck mich doch am Arsch. Ich könnte so kotzen bei solchen Idioten. Vor allem, ich, mein Team verliert immer dann, wenn wir gegen rückwärtsgegner kämpfen. Warum? Ihr lasst die so, ihr gebt denen so einfache Siegpunkte. Das wirkt sich später stark auf die Resonanz aus, ihr Idioten. Dummköpfe. Skillos Idioten. So, eine finale Abschlussrunde. Mal schauen, wie's läuft. Scheiße, rückwärtsgegner, Alter. Kaum, kaum gegen welche gekämpft. Und wenn, dann haben wir nur verloren, wegen diesen Idioten. Sowas regt übelst auf. Immer dann, wenn wir gegen die richtigen Gegner kämpfen, verlieren wir. Warum? Idiotische Teammates. Alle, die die unter 5 Kills haben, sind jetzt in meinen Augen nichts Könner. Und schon ist der erste Tod. Dummkopf. Ich gleich es mal eben aus. War das so schwer? Missed. Diese Selina hier, die macht auch nichts. So, ich will jetzt richtige Anstrengung von euch sehen. Hä? Hä? Du kleine Hure! Bleib am Leben, damit ich springen kann. Nein. Mann! Du dumme... Geht doch. Diese Klär, alter Hure! Da hinten rum zu gucken, ist nicht gesund. Jetzt habe ich auf zu mir gedrückt. Ich komme schon so schnell ich kann. Pause. Hast du dir so gedacht? Ich musste nur den Spot beobachten, wo du landest. Und schon konnte ich ermitteln, wo er landet. Regenerier dich, regenerier dich. Danke. Renn, 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 renn. Das war doch gut. So, weiter geht's. Mach du das mal. Double Kill und auch die Klär mitgenommen. Hä? So, das ist dünn. Was mache ich eigentlich? Egal, das können sie nicht mehr retten. Das ist unser Sieg. Auch wenn das irgendwie katastrophal war, wie dieser Part, weil ich ein bisschen geraget habe. Oh Mann, das regt mir doch so auf, ne? Dumme Teammates regen einen auf und bindete Gegner, die einen Skridbacken, oder so auch. Hm. Naja. Ein Sieg zum Ende ist gar nicht mal so schlecht. Okay, dieser S4-Lappen und der Lille-Lappen, die sind beide dumm. Weil die weniger als 5 Kills hatten. Aber dennoch würde ich mal sagen, falls ich dieser Part von Let's Face Platoon 2 online gut unterhalten konnte, würde ich mich auch selber einen Daumen hoch und eine positive Wertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr mögt, Leuten, die ihr nicht mögt. Und wie ist eure Meinung zum Flex-Troller? Schreibt sie mir ruhig mal in die Kommentare. Und im nächsten Part geht's weiter mit... geht's nochmal weiter mit... in Splatoon 2. Bis dahin und stay fresh. My Boys. Alles alles. Everybody.